Ich hole ihn jetzt mit meinem Ulti weg, okay? Seid ihr bereit? Und Bruder, ich hab ihn! Jawoll, Mann! Das hat er niemals erwartet, ich sag's euch, Leute. Was geht, Bros? Ich bin's wieder, euer Bro. Bro, willkommen zu einem neuen Video, Fabio. Freut mich, dass du eingeschaltet hast. Heute werden wir zusammen den neuen Poco in die Showdown spielen, Leute. Und zwar wisst ihr es ja vielleicht schon, dass eine neue Star Power für Poco rausgekommen ist. Und zwar ist es die Dezibel-Dusche. Damit kann Poco einfach Schaden an Gegner machen, Leute. Und es wird so krass werden, weil so viele Leute unterschätzen, Poco. Und vor allen Dingen werden sie nicht wissen, dass ich die neue Star Power für ihn hab. Und werden ihn absolut unterschätzen. Und deswegen gönnt euch dieses Video, Leute. Aber bevor wir zu Bros. da switchen, wollte ich euch die App Raid Shadow Legends vorstellen. Und zwar ist es ein brandneues RPG-Handyspiel, was einfach so übertrieben krank ist, Leute. Dazu hat es noch eine übertrieben fessende Storyline. Es gibt GVP-Kämpfe und übertrieben kranke Boss-Fights. Nach drei Monaten haben sich schon über 10 Millionen Leute dieses Spiel runtergeladen. Und ich zeige euch mal ganz kurz meinen Favorite-Charakter, den ich hier gerade ausgewählt habe. Und zwar ist es der Ork. Ich liebe allgemein immer Orks, Leute. Und ich zeige euch jetzt erstmal, wie viele verschiedene Champions es in diesem Spiel gibt. Das sind die Zentauren. Ich feiere die so übertrieben. Schaut mal an, warte. Sie sehen so krass aus. Und gönnt euch mal diese krank-In-Game-Grafik. Jungs, was ist das? Ist das ein Handy-Spiel oder ein PS4-Spiel, Leute? Gönnt euch mal alleine, wie krank die tägliche Login-Belohnung aussieht, Leute. Oh mein Gott. Und ich konnte euch einen übertrieben kranken Bonus klären. Und zwar, wenn ihr euch das Spiel über meinen Link runterladet. Erster Link in der Beschreibung. Dann kriegt ihr 50.000 Silber und einen epischen Champion, Leute. Dank auf jeden Fall einem Raid Shadow Legends, dass sie mir dieses Video hier sponsoren. Und das allerlustigste ist einfach, dass ich selbst diese App schon früher gespielt habe, Leute. Deswegen ladet euch wirklich diese App runter. Ich sag's euch nur, die App ist wirklich übertrieben krank. So, Leute. Jetzt auf jeden Fall wieder zu Bryce-Stars. Und zwar habe ich Poco schon ausgerüstet. Ihr seht es. Ich habe ihn auf 534 Trophäen. Und wir nehmen auf jeden Fall nicht den Skin, den wir haben, sondern wir nehmen den No-Skin, damit die Leute wirklich keine Erwartungen haben. Und safe nicht denken, dass ich sogar noch die neue Star-Power habe. Also, wir spielen auf einem Feuerfeld mit dem Meteor-Auschauer. Gebt auf jeden Fall ein Like auf das Video, Leute. Schaffen wir auf diesem Video 2000 Likes. Ich bin gespannt. Und, ja, man. Ich freue mich mega, wie die absolut keinen Plan haben werden, dass ich sie mit meiner Ulti wegholen werde, Digger. Boah, das wird nice werden. Also, die zwei Kisten. Wir holen uns erstmal die zwei in der Hoffnung, dass keiner die zwei oberen gleich sneaken wird. Oder dass die einfach keiner sieht. Und, weiß man wahrscheinlich ja, dass erstmal die zwei Kisten, die mehr zur Mitte hin geholt werden. Also, die zwei Kisten haben wir dann auch. Dann haben wir vier Power Clips insgesamt. Mega stark. Und dann kann es auch schon direkt losgehen. Also, so, komm. Let's go, Digger. Okay. Vier Power Clips. Wir gucken mal, was in der Mitte abgeht. Boah, es ist schon so viele Brawler gestorben. Was? Tigger, ich habe nicht mal einen angehört. Was ist denn hier in der Mitte passiert? Ach du Scheiße, bin ich eine Sekunde weg? Geht die ganze Map kaputt. Komm, warte. Oh mein Gott. Okay, warte. Ich brauche meinen Ulti. Ich muss ein bisschen... Ach du Scheiße. Okay, jetzt. Ich habe meinen Ulti ready. Ich kann ihn gleich holen, Leute. Warte. Jetzt. Nein, warte, es fehlt noch ein bisschen. Ich muss den Ärmer anhitten. Oh mein Gott. Nein, der Wunder hat mir den Kinklaut. Ach du Scheiße. Warte mal. So, komm. Also, wir werden ihn mit meiner Ulti wegholen. Komm schon. Er ist so low. Ich bin auch tot low. Ach du Scheiße. Jetzt bin ich echt absolut low. Jetzt muss ich mich mal auch beruhigen. Ach, wir sind alle drei... Wir sind alles die letzten Brawler hier. Es gibt keinen anderen. Er wird mit mir Tini drüber. Okay, warte. Ich hole ihn jetzt mit meiner Ulti weg. Okay? Seid ihr bereit? Oh, Bruder. Ich habe ihn. Jawohl, Mann. Das hat er niemals erwartet. Ich sage es euch, Leute. Ja. Alter, habe ich auch. Nice one. Boah, Bruder. Barbarrunde. Ich will nicht zweiter werden. Ich will nicht zweiter werden. Ich will nicht zweiter werden. Komm schon. Warte, wie soll ich weg? Nein. Ich pushe sie jetzt. Ich muss einfach ab und zu kurz dodgen. So, warte. Jetzt schießt sie wieder. Wurz wieder dodgen. Und jetzt schießt sie wieder. Wurz wieder dodgen. Und jetzt wird sie wieder schießen. Jetzt. Oder jetzt. Ja. Und rein da. Rein in die Olga. Let's go. Ich habe mal Lötie. So. Sie geht es nicht erwarten. Die springt weg. Das war es mit dir. Das ist die Todesvorteil. Das war es mit der Piper. Hier. Zack. Und was gut, Amigo. Nice. Ihr seht es. Die neue Starpower ist so übertrieben geil für Showdown. Aber das Ding war immer, die alte Starpower hat ja die Teammates geheilt, wenn man sie auch einfach mit einem normalen Schuss anhütet. Aber das hat einfach nicht gebracht den Showdown. Deswegen ist die neue Starpower perfekt. Wirklich einfach ein Muss für Showdown, wenn man Poco und Showdown spielen will. Deswegen. Let's go. Es macht so übertrieben Spaß, als Snowskin hier die Leute zu treuen. Deswegen. Let's go. Warte. Warte. Wir müssen mal in die Mitte kommen. Drei Kisten. Die sneak ich mir alle. Komm. Hoffentlich. Warte. Jetzt gehen noch vier Hits. Drei Hits. Zwei. Komm schon. Bitte kommt jetzt keiner. Ein. Und. Alles meins. Jawohl. Schmeckt. So. Komm her. Er weiß schon, dass jemand drin ist. Ja. So. Ich brauche wieder meine Ulti. Ich muss ein bisschen Schaden machen an den Gegnern. Zack. Wir pushen den jetzt. Ich habe gleich meine Ulti. Ja. Und. So. Und. Oh. Er geht rein. Oh. Geger. Er hat sich lieber noch geholt. Jetzt hätte ich gedacht. Aber krass. Okay. Komm. Das Ding ist. Hoffentlich wird er überheblich. Ja. Ich wusste es. Er rusht auf mich. Leute. Schaut euch zu. Ich heile mich. Mach ihm Schaden. Und das war es mit dir. Let's go. Alter. Ey. Das ist so nice. Oh mein Gott. Alter. Ich glaube ich werde etwas öfters machen mit Poco. Das macht so übertrieben viel Spaß. Alter. Okay. So. Was gibt es in der Mitte ab? Kolt. Ich brauche wieder ein paar Hits verteilen. Damit ich nah an meiner Ulti dran bin. Oh. Der Hund wäre cool. So. Ist er ein Timanu? Ich wette er ist ein Timanu. Guck mal. Ich drehe mich jetzt. Aber was? Er kommt einfach von rechts an Kolt und dreht sich mit. Okay. Die Piper ist kein Timanu. Aber wir holen jetzt den Kolt. Der hat keine Timanu weiter. Das wird schon sehen. Oh. Nice shot Piper. Krass. Das war ehrlich krass von dir. Alter. Heftig. Sie ist auf jeden Fall kein Noob man. Auf gar keinen Fall. Pro Spieler am Start würde ich sagen. Komm ja. Ich jag sie ein bisschen. Ich versuche mal ein bisschen zu dodgen. Komm. Komm. Ich mache hier auf jeden Fall Druck. Das wird gleich weg springen. Ich heiße es. So. Das war es mit ihr. Und ich hab was. Okay. Das war was. Ich hab' mir absolut fail von mir. Okay. Wir werden das gleiche wieder machen. Er wird gar nicht dran denken, dass ich die neue Star Power haben könnte. Deswegen. Guck mal. Ich mache mir jetzt noch einen Schaden. Und jetzt. Guck mal. Guck mal. Komm. Mach mir Schaden. Komm. Digger. Schieß. Komm. 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 Das war's mit ihr, bro. Ich dachte, er wird sogar rauslaufen, um mich noch versuchen zu kippen. Und dann hätte ich ihn mit meiner Ulti weggeholt. Aber so geht es uns ja auch. Ey. Zweimal erst dann. Komm. Direkt nochmal, Leute. In die nächste Runde rein. Ich glaube, ich werde Poco auf so viele Trophäen pushen. Wenn ihr Bock habt, dass ich ein Livestream mache, wo ich ihn extrem hochpusche, dann schalte die Kommentare, Leute. Zeigt es mit einer Bewertung. Und ja, man. So. Komm. Also. Shelly. Mach kein Auge. Komm her. Ich brauche ein paar Hitz. Komm. Ich brauche ein paar schöne Hitz. Sauerbar, ich treffe dich trotzdem noch. Immer noch. Leute. Leute. Warte mal. Jetzt, Digger. Oh mein Gott. Hat sie das nicht erwartet. Das hat sie niemals erwartet. Ach du Scheiße. Es ist einfach so lustig, weil ich weiß einfach. Die können es halt nicht zeigen. Ich höre sie. Ich höre die Gegner nicht oder so. Aber ich weiß einfach, wie krank die sich wundern. Weil ich würde es an der Stelle auch machen. Wirklich. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Äh, was war das Bike? Was habe ich gesagt? Guck mal. Komm her. Ich komme nicht ran. Ich glaube, ich warte einfach kurz, bis er irgendwann rauskommt. Er weiß auch, dass er irgendwann rauskommen muss. Komm. Komm. Jetzt ist der Zeit. Komm. So. Jetzt. Mach's gut. Ey, Digger. Ich feier jetzt. Oh Mann. Komm, wir werden jetzt nochmal erst an. Das dritte Mal. Das wäre so crazy. Also. Let's go, Leute. Hier ist eine drin. Wer ist da? Eine Shelly. Komm. Ich will mal jetzt gegen eine stärkere Kämpfe. Sie hat sechs. Four Cubes. Komm. Sie müsste denken, dass sie mich easy wegholt. Aber wirklich auch ganz easy. Oh, und das war's. Komm. Ein paar bisschen Schaden geht. Jetzt muss ich mich auch mal ganz kurz beruhigen. Jetzt habe ich ehrlich ein bisschen wenig Leben. Okay. Ich glaube, jetzt, wenn ich volles Leben habe, gehe ich rein. Komm. Ich brauche noch eine für meine Ulti. Oder nicht mal. Nicht mal. Weil das Krass ist ja, ich heile mich selbst und ich mache noch Schaden. Also. Jetzt. Was dann? Noch ein paar Punkte. Rip Shelly. Absolut Rip. Sie entscheidet sich für ihn. Sie pusht ihn lieber. Komm. Ich warte, bis sie wenig Leben hat. Ich will sie mit der Ulti wegholen. So. Komm. Noch drei Hits. Sauber. Die hat die Ulti schon verschwendet. Jetzt. Und. Jetzt. Heil. Und noch Gold. Sauber. Ey. Ich feiere es so heftig. Alter, Poco ist so übersiegbar dadurch gefühlt irgendwie. Wieso teamen die jetzt beide gegen mich? Digger. Die stehen halt nebeneinander. Okay, nein. Die teamen nicht. Der Colt, oder? Warte. Jetzt team sie. Okay. Okay, warte mal. Ich krieg mein Ulti nicht, man. Das war's mit mir. Das war's. Schade. Dritter Platz. Immerhin. Wahrheit ist schlechte Position. War mein Pech, Leute. Aber soll ich tun. So. Wir starten direkt noch mal die Runde rein. Die Mitte ist ein bisschen mager. Okay, das gleiche. Alter. Sie hat Band-Aids. Okay. Also die Star-Power verständlich. Aber. Okay. Sie haut ab. Ich hol mir noch kurz die Kiste. Dann haben wir. Dann haben wir vier Power-Cubes. Sind stark unterwegs, würde ich sagen. Zack. Zack. So, ich hab meine Ulti. Sauber. Die Rosa. Komm. 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 Kommt dann die Rosa. Komm her. Digga. Oh, ich werd so übertrieben feiern, wenn ich Poco-Bite irgendwie auf, keine Ahnung, warte. Oh, oh. Jetzt. Oh, nein. Ich hab Auto-Ulti gemacht. Nein, ich Idiot. Ich dachte, das wär so wie bei einer Attacke, wisst ihr? Die Auto-Ulti, also dadurch, dass sie Schaden macht, dachte ich, würde sie auch, wenn ich Auto-Ulti benutzt hab. Oh, mein Gott, war das knapp. Sie hatte zwölf Leben. Alter, was? Okay, warte mal. Ich puste. Komm. Komm raus da. Sie muss irgendwann rauskommen. Ich warte noch kurz, damit sie nicht mehr nach unten abhauen kann und damit sie nur noch diesen Weg hier hat. So, aber jetzt rein da. Rein da, komm. Und? Ich hab meine Ulti nicht. Ich hab meine Ulti leider nicht. Ach du Scheiße, ich hab sie nicht bekommen. Oh, mein Gott, zum Glück. Zum Glück und Finish. Sauber. Ich muss nicht mal meine Ulti benutzen. Nice one. Okay, komm. Komm her. Mach dich bereit. Ciao. Oh, toll. Ich hab eine Laffe. Aber ist so ein Kinderspiel, Leute. Jetzt würde ich auf 100 Trophäen spielen gefühlt, irgendwie. Guck mal, was ist das? Digga, was passiert hier? Da denkt jetzt, ja, die denkt, Safety wird noch gewinnen. Sie hat sogar noch die Star-Power. Ich seh's. Ja, Band-Aid ausgelöst. Okay, warte. Ich will sie mit der Ulti-Kill. Du wirst es nicht. Jetzt. Oh mein Gott, ich hab wieder Auto hingedrückt. Zum Glück ist es nicht daneben gegangen. Zum Glück. Und ich hab sie. Keine Chance. Alter. What the fuck, Leute. Okay, also, das war's auf jeden Fall jetzt. War mega, mega geile Runden. Freut mich extrem. So, Leute. Also, ihr seht es. Die neue Star-Power von Poco ist so übertrieben krass. Wir haben dick Trophäen gepusht. Hat mega Bock gemacht. Und ich hoffe, Leute, dies wird euch gefallen. Wie gesagt, ladet euch Raid Shadow Legends runter. Link in der Beschreibung. Erster Link, Leute. Ihr wisst Bescheid. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr mich supporten wollt. Ich würde mich riesig freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen bei einem neuen Video. Haut rein. Euer Bro Bro. Und ciao. Pschuuu.